Eine Sache, die mir unter Programmierern immer wieder auffällt, ist, dass sehr viele Programmierer Fanboys oder Fangirls von ihren entsprechenden Programmiersprachen sind. Das heißt, dass sie super überzeugt sind davon, dass die Sprache, die sie selber benutzen, die beste Sprache überhaupt ist und dass alle anderen Sprachen im Grunde direkt daneben sind. Und eine sehr lange Zeit war ich persönlich selber auch so, ich war schon immer ein Fanboy der Programmiersprache C-Sharp, aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass mir Programmiersprachen eigentlich immer egaler werden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das Programmieren mir egal ist, ich liebe die Programmierung, aber die spezifischen Sprachen sind mir egal. Reden wir mal drüber. Aktuell findet übrigens wieder unser Programmieren starten Oster Super Sale statt, in welchem du all unsere Kurse mit bis zu 67% Rabatt ergattern kannst. Dieser Sale läuft nur für kurze Zeit, klicke also direkt auf den Link in der Videobeschreibung, um ihn nicht zu verpassen. Nutze diese einmalige Gelegenheit, um schnell das Programmieren zu lernen. Natürlich habe ich persönlich auch Programmiersprachen, in denen ich lieber arbeite als in anderen. Es ist mir aber tatsächlich gar nicht mehr so wichtig, mit welcher Sprache ich arbeite, solange sie mich ans Ziel bringt. In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder mit unterschiedlichsten Programmiersprachen gearbeitet und entsprechend auch viele verschiedene Sprachen kennengelernt. Und je mehr Sprachen das wurden, mit denen ich vertraut war, desto mehr fiel mir auf, dass alle Sprachen oberflächlich zumindest eigentlich dasselbe machen. Ist ja auch irgendwo logisch. Genau aus diesem Grund habe ich auch gemerkt, dass das Erlernen einer noch weiteren Programmiersprache immer und immer einfacher wurde. Denn die Prinzipien sind im Grunde immer gleich. Deswegen sage ich aktuell auch immer wieder, dass man bei der Wahl seiner ersten Programmiersprache, die man lernen möchte, nicht zu viel Zeit mit Überlegen verschwenden sollte. Wenn man absolut keinen Plan hat, was man machen möchte, dann sollte man halt einfach C-Sharp oder Python lernen, meiner Meinung nach. Oder vielleicht auch JavaScript, wenn man weiß, man will Web-Anwendungen bauen. Natürlich unterscheidet sich bei jeder Programmiersprache die Syntax mehr oder weniger, auch wenn sie bei vielen auch ziemlich ähnlich ist. Und natürlich unterscheidet sich das Feature-Set von verschiedenen Programmiersprachen auch immer mal wieder ein bisschen. Aber die meisten Anwendungen ließen sich mit so ziemlich jeder Programmiersprache umsetzen. Der Code würde natürlich unterschiedlich ausfallen. Bei manchen Sprachen bräuchtest du mehr Zeilen-Code als bei anderen. Bei manchen Sprachen würde der Code schneller laufen als bei anderen. Aber so ziemlich jedes Programm kann mit so ziemlich jeder Sprache umgesetzt werden. Das heißt nicht, dass sich manche Sprachen nicht besser eignen würden für gewisse Use Cases als jetzt andere Sprachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Spiele entwickeln will, benutze ich eher C-Sharp als Python, weil C-Sharp einfach schneller ist. Oder wenn ich jetzt Web-Anwendungen bauen möchte, dann benutze ich in der Regel eher JavaScript, wobei man da auch Python und C-Sharp natürlich auch nutzen könnte. Aber ja, es gibt natürlich hier und da auch Anwendungsgebiete, für die sich eine Sprache einfach besser eignet. Wenn ich jetzt mit AI was machen wollte, dann würde ich natürlich Python wählen, weil in dem Bereich einfach so gut wie jeder Python benutzt und es da die meisten Libraries für gibt. Und ja, so wähle ich inzwischen einfach immer meine Programmiersprachen für mein Projekt, das ich machen möchte. Ich gucke einfach, welche Sprache für dieses Projekt die besten Libraries hat. Ich gucke, welche Sprache sich für diesen Use Case vielleicht am besten eignet. Und dann nehme ich einfach die Sprache. Ich muss nicht immer meine in Anführungszeichen Lieblingssprache nutzen, das wäre C-Sharp, sondern ich nehme einfach die Sprache, die ich jetzt nehmen muss oder die eben am besten für den Job aussieht. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass die meisten Sprachen im Kern eigentlich exakt dasselbe machen und man nicht ein Fanboy bzw. ein Fangirl von einer spezifischen Sprache sein muss. Damit schränkt man sich eher ein, als dass man sich irgendwie einen Gefallen tut. Und ja, ich habe das selber gemerkt, dass es deutlich besser und angenehmer ist, wenn man einfach die Sprache nutzt, die jetzt für den aktuellen Job am besten geeignet ist. Wie bereits erwähnt, aktuell läuft noch unser Programmieren starten Oster Super Sale, aber nur für kurze Zeit. Wenn du also unsere umfangreichen Videokurse zu den unterschiedlichsten Programmiersprachen um bis zu 67% reduziert ergattern möchtest, dann klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, um das nicht zu verpassen. Das war es dann auch übrigens mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und wenn du den Kanal abonnierst, freut mich das natürlich auch sehr, denn so verpasst du keine weiteren Videos mehr. In diesem Sinne war es das dann auch mit diesem Video. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Programmieren lernen und mit unserem Oster Sale. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.